1, 2, 3, 4 Get up, get on up Get up, get on up Stay on the scene Get on up, like a sex machine Get on up, get on up Moment, stop, ich bin Schweizer, bescheiden Meine Regisseurin hat gesagt Komm raus Und lass dich feiern, du bist ein Star Und jetzt darf ich es einfach probieren Habt ihr es gesehen? Das ist so ein bisschen, oder? Ich bin so ein bisschen, oder? Ich bin so ein bisschen, oder? Ich bin so ein bisschen, oder? Super, bitte. Was ist das denn? Können wir mal ein Käffchen trinken? Wie sind die Käffchen getrunken? Die Deutschen schon nicht? Dann gibt es noch das berühmte Indisch. Bandle, Bandle. Bandele, Wanderle, Wanderle. Wanderle, Wanderle, Wanderle. Wanderle, 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 Wanderle. A Bandle, Wanderle, 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 Wanderle. Ein Österreicher sagt nicht, ihr sagt, Chinesen. Die Deutschen, nicht Deutschen. Was sagen die Deutschen? Die sagen Chinesen. Hallo, die Chinesen. Wir Schweizer, was sagen wir? Pfehlzaube. Hallo Rüdiger, grüß dich, hallo! Wie geht's dir denn? Rüdiger, bumm, bumm, blm. Seid ihr ready? Hey! Seid ihr ready dafür? Seid ihr ready für die Investition? Die Bombe wird platzen und explodieren, alles nur Illusion! Hallo! Verweckt den Zeit auf und drei Angst. Es reicht, 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 es reicht. Ja, da kommt ein bisschen schön. Warte, einer von den 10 Millionen. Und der Gerät und so. Ich hab auch schon lange drückt. Da geht's dir ab, musst du den drücken, drückst du da, der geht's... Geht's doch, geht's doch her! Geht das nicht ein bisschen schneller? Mamma mia, Cortina, da Pezzo, Madonna, di Campiglio, Sestriere, Val Gardena, Don Camille, Peppone, Wappenculo, Cognuto, Sedo, Di Guerra, Hele, Deporetti, Vittimo, Malecini! Ich meine, da reden wir auch immer so nicht. Ist der Italiener da? Ist der da der Bernadine? Hey Bernadine! Sabello, come stai? Was heißt come stai? Es kommt ein Stein. Wo spiel denn der Vogel? Wo spiel denn der Vogel? Wo spiel denn der Vogel? Was? Du uns hinlassen. Schön. Eine Frage, oder? Eine Frage ist, wo spiel denn der Vogel? Geht immer runter. Geht nie, eine Frage geht nie hoch bei den Deutschen. So wie bei uns in der Schweiz. Wo spiel denn der Erich Vorell? Ah, in Casanova! Wo spiel denn der Vogel? Casanova! Ah, schön toll, ist das kein Wunderbar. Der Vogel war runter. Ah, schön toll, ist das kein Wunderbar. Ich meine, in Österreich bist du zehnmal am Tag, also mindestens in Wien, zehnmal am Tag bist du ein Trottel. Einmal ein Fulltrottel. Bis ich gemerkt habe, hallo, die meinen das gar nicht so. Ich meine, Trottel, das ist ein Kosename. Ein Volltrottel, das ist ein Auszeichen. In der Schweiz auf dem Fußballplatz tönt das ganz anders. Da heisst es, Erich, Erich, entschuldige, wenn ich dich beim Dribbling störe. Könntest du mir bitte den Ball spielen? Ich stehe ganz allein vor dem Tor. Aber nur, wenn es für dich stimmt. Ja, wer von diesen Franzosen ist denn noch ein Franzose? Ich meine, zehn von elf von dieser Mannschaft kommen aus den Ländern, die sie kolonialisiert haben. Ja, in Wahrheit ist Afrika-Fussball-Weltmeister. Ja, richtig klar. Herr Fuhrer, was meinen Sie, warum habe ich Sie aufgehalten? Na ja, also ich gehe nicht davon aus, dass ich mein Auto kaufen wollte. Ich schätze mal, ich habe etwas falsch gemacht. Die schätzen es richtig, Herr Fuhrer. Was glauben Sie denn, wie schnell sind Sie Gefahren? Ich habe gesagt, wieso kriege ich einen Rabatt, wenn ich es erhalte? Ja, alle Länder um uns herum wollen uns zwingen, dass wir das Geld mit ihnen teilen, was wir für sie verwalten. Fehlt nur noch, dass man von uns verlangt, dass wir das Gold zurückgeben, das nicht uns gehört. Was für den Schweizer Freckredenzen! Wow! Hopp! Und hopp! Wow! Jawohl, so sieht es aus. Die Bumpe wird klatschen und explodieren. Aber das ist Hans und Frank von Leipzig! Oh! One, two, three, four! Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up.